Leute, meine klaren Bastards, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute machen wir wieder eine Trickshot-Challenge gegen meinen Freund Schnandri. Das ist keine normale Trickshot-Challenge, sondern eine amazing Trickshot-Challenge. Geht's dir gut, Bro? Ich hab mir fast auf die Zunge gerissen, aber... Okay, Andri, bist du bereit? Guck mal, wir haben hier Easy, Medium, Hard. Level complete. Wir müssen alle Level kompleten, um es zu scha... Genau, Mr. GG. Ich hab gewonnen. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut das Video bis zum Ändern, wer gewonnen hat. Und ich will sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Okay, let's go. Warum hab ich keine Waffe? Ich hab keine Waffen! Ich hab keine Waffen. Ich hab schon geschossen, das ist noch gar nicht fertig. Ich hab keine Waffen einfach. Oh no. Ja, und jetzt? Warte, ich spitzack das. Fix jetzt welche? Jetzt hab ich welche. Der Run zählt nicht, das ist ehrenlos. Ja, okay, bei mir auch nicht. Doch, bei dir zählt trotzdem. Nein, ich hab keine Waffen. Hast du getroffen? Ja. Great Shot. Ja. Und? Boom. Boom. Der Run zählt nicht. Du hattest kein Gehirn mehr. Ja, das ist doch eben leicht. Aber die Waffen sind wieder ein waffenmäßiges Waffensachenwaffen. Du weißt doch, wie das ist, Mann. Der, der aufnimmt, der hat Gehirn 10% nur. Hab getroffen. Nice Shot, Junge. Muck nicht. Ich geh einfach rein direkt. Ohne Jagdgewehr, ohne Jagdgewehr. Erstlings. Oh mein Gott, hab getroffen. Ja, Junge, du hast mich kaputt gemacht. Hab getroffen, Bro. Warum hab ich dich kaputt gemacht? Sag mal. Weil ich wollte mit Jagdgewehr schießen, hast du gesagt, nein. Du kannst jetzt schon Jagdgewehr machen, Bro. Du hast schon verloren. Spaß. Es steht 1-1. Ciao. Okay, was müssen wir machen? Okay, ciao. Oha. Ich hab's verfehlt. Mann, wegen dir. Dein dicker Körper hat mich blockiert. Ich hab's verfehlt, Bro. Das ist so bodenlos, Junge. Wir sind einfach in der Sphäre. Ich hab wieder verfehlt. Übel, Dings. Hä? Man kann ja von überall schießen. Oder muss man hier vor? Ja, versuch mal von hier zu treffen. Hau! Nice Shot! Let's go, Junge! Bin halt einfach gut gerade. Ich weiß nicht, wie so ich gerade gut bin. Aber auch getriet. Ciao. Let's go, ciao. Okay, okay, und? Rein da, und? Okay, schieß mit Jagdgewehr. Nein, schieß nicht. Was war das für ein Shot? Bei mir ist das wie so eine Kurve nach unten bei dir, Digga. Wie? Der Shot bei dir ist einfach wie so... Keine Power. Ich kann um die Ecke schießen. Wanted-Style, oder was? Tschüss. Abgetroffen, die Genu. Hast du echt? Äh, ja. Ohne Jackewehr. Nicht getroffen. Aber du darfst benutzen jetzt, wenn du willst. Ja, ich benutze. Boah, das ist rotenlos. Das ist gar nicht so ein Walk of Shame, wenn man Jackewehr nutzen muss. Ich schwöre. Es steht 6 zu 3. Ich weiß nicht, wieso du 6 Punkte hast, Bo. Ich weiß auch nicht. Amazing Shot! Ah, deswegen. Die Shots geben nochmal extra Punkte. Eigentlich können wir da rauf gehen, André. Ja, okay, komm. Okay, weil es steht 6 zu 6, dann passt das. Okay. Let's go. Zack. Es explodiert. Amazing Shot! Ich habe meine Zunge gewissen. Junge, du bist ja übel amazing. Ich habe meine Zunge gewissen. Ja, sag ich doch. Ich schwöre sie. Okay, Leute. Meine Zunge gibt, glaube ich, wieder gut. André, wo bist du? Hast du auf dem Motorrad gezielt? Nein. Ich schwöre, nein. Ich mache aber. Guck YouTube-Video. Guck jetzt. Du kannst ja... Amazing. Nice Shot, Digger. Oh mein Gott. Sehr gut, André, sehr gut. Ich gehe aber in Führung, weil ich in Amazing bin. So, und jetzt... Zack, da hoch und... Und, bis wohin geht's, bis wohin geht's? Nice Shot leider nur. Great Shot. Okay, weiter geht's. Ich habe aufgeholt, ein bisschen. Hier, ich würde sagen, alles ist erlaubt an Snipers, außer Jagdgewehr erst mal. Okay? Ja, genau. Jagdgewehr ist zu einfach. Great Shot. Okay, Great Shot. Let's go. Oh, nice Shot nur. So. Okay, wir müssen uns, glaube ich, ein Schwein holen. Go. Jumpen. Drauf. Du hast mich blockiert, glaube ich. Du hast mich blockiert. Wir müssen mit dem Schwein da drauf, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und dann springen. Auah, auah. Junge, fliegt mal alle. Ich habe ihm ein Combo gegeben. Aber man kann gar nicht mit ihm da rauf. Ja, kann man nicht, kann man nicht. Aber man kann Gliders. Ah, mit Glider, okay. Ja. Wild. André hat den Bogen raus. Äh, der Timmy ist nicht dumm. Was? Wie konnte der nicht drin sein, Digi? Aber wir gehen out of Schweine langsam. Ja. Out of Schweine, Digga. Freunde, falls ihr noch nicht wisst, wo meine Minecraft-Videos geblieben sind, könnt ihr gerne meinen Zweikammer abchecken, das unten in der Infobox verlinkt. Denn da kommt jeden Tag ein Insel-Video. Und gerade geht es richtig ab, Freunde. Sag ich euch ehrlich. Also checkt nach diesem Video meinen Zweikanal ab. Und da geht es richtig ab. Und André, sein natürlich auch, Dully, abchecken. Denn wir haben gerade Fred-Fight, sag ich euch ehrlich. Aber wir sind jetzt wieder in Fortnite und los geht's, André. Okay, los geht's. Bro. Wie kriegst du so weit nach vorne? Du musst nach vorne ziehen. Nix übel weit. Ich krieg kein Schwein. Ich treff das nicht mehr. Ich kann kein Schwein. Ich hab ein Schwein. Wir haben bald keine Schweine. Wenn wir echt out of Schweine gehen, was machen wir dann, Digga? Ich skippe, ich skippe. Ich skippe, ich skippe. Okay, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ja, und... Oh, ich schieße auf das Weiße. Und es geht nicht. Boah, er hat Schwein direkt... Das war nicht... Du kleiner Esel, du. Er hat dich einfach weggebounced, der Ehrenlose. So, zack. Okay, ich bounce. Jiggy Bouncer. Ja. Und wieder daneben. Junge, das ist gar nicht so schwer, das Level. Aber ich check nicht. Eigentlich nicht. Also, die Sniper ist halt dumm, glaube ich. Hä? Die Sniper sind übeldumm. Okay, André, wenn du willst, Jagdgewehr, wenn du willst. Ja, okay, komm. Guck mal, wir machen beide einen Perfect Shot. Junge, ich krieg kein Schwein. Great Shot. Great Shot hast du bekommen? Okay. Ja. Ich probier. You can do it in the sky, ohne Mann, bis ein Brei-Gehirn. Amazing. Guck jetzt, ich bin amazing. 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 Great Shot. Boah, du bist amazing. Okay, wir müssen hier reinbouncen. Hä? Oh, ach so, hierhin. Dann. Er hat getroffen. Nice Shot. Nice Shot auch. Du hast immer mehr Punkte als ich. Ich hab dir nachgemacht. Hä, was hast du mich grad genannt? Du Ehrenloser. Ach so, ich hab was anderes verstanden. Alles gut, Leute. Alles gut. Was hast du verstanden? Ah, ich hab verstanden. Entweder. Huhn. Ich hab Huhn. Warten. Hä? Okay, piep das. Amazing Shot. Nein. Mit. Er hat Jagdgewehr. Ich hab nicht geschummelt gerade. Ich hab nicht geschummelt. Lüg mal nicht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, wobei. Also bei Trick Shots schummelt du eigentlich. Eigentlich nie. Eigentlich. Ich bin bei dem Roten gelandet. Unter dir. Wie? Auf dem Fer. Ich konnte einfach zielen auf das in die Mitte schießen. Hast du nicht gemacht. Junge, das Game hat mich dahin gebracht. Was soll ich machen? Ja, great Shot. Ich hab's ohne Dings mit Zielen, Cheaten und so gemacht. Pech? Ja, ja. Dann nehmen wir noch einen Punkt voraus. Okay, wohin? Ja. Okay, mit Gleiter da drauf. Flieg, Ottoman. Flieg um dein Leben. So wie du noch nie geflogen bist. Und jetzt auf den Bouncer. Zack. Okay, das ist easy. Das ist easy mit dem Sniper. Amazing Shot, Junge. Ich hab daneben geschießt. Ich bin amazing, Junge. Nicht so wie du. Doch. Nein. Du gehst flieg hin und mach amazing. Kannst du jetzt mal kommen? Cheema, das dauert. Kannst du jetzt bitte kommen? Endlich, Junge. Endlich. Ich hab bestimmt eine halbe Stunde gewartet. Ja, safe. Scherz. Oh, okay, warte. Scherz. Hier sind Bumpers. Die darf man, glaube ich, nicht berühren. Boah, glaubst du? Berühr mal. Berühr du mal. Nö. Nein, wie konnte ich das nicht treffen? Ey, du darfst gezielen. Amazing Shot. Ich mach doch keinen Shot. Alles gut. Warte kurz. Warte kurz. Ich hab's gleich. Okay, warte kurz. Okay. So. So. Und noch eins drüber. Let's go. Hä? Hä? Jetzt, 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 guck jetzt. Amazing Shot. Ah, nice Shot leider nur. Egal. Es ist nur ein Punkt Unterschied, André. Okay, ciao. Ich bin gesprungen. Oh, egal. Hat, ist, egal. Nichts passiert. Passt schon. Alles gut. Zack, da drauf. Geht kaputt. Amazing. Ich hab da neben mir Scherz. Great Shot. Ja, mit Jagdgewehr, ne? Ich schwör nicht mit Jagdgewehr. Doch, ich schwör mit Jagdgewehr. Nein, war ich nicht mit Jagdgewehr. Ich sag ja. Wo bist du? Heslorn. Ja, ich spiel nicht mit Jagdgewehr. Ich hab auch nicht mit Jagdgewehr gespielt. Guck mal, da hinten ist er. Nice Shot. Ah, er ist hier. Okay, guck mal, wir müssen ein Osterei werden. Das ist das Goldene. Weil ich wusste, dass du das nehmen wolltest. Deswegen hab ich's genommen. Nein. Wird das Swirl nehmen? Swirl. Ja, Swirl. Swallow. Guck jetzt, wir müssen einen Eier-Trickshot machen. Oh, tschüss. Muss ich uns zurückverwandeln? Ja, macht selber. Automatisch Fortnite-Belber und Amazing Shot. Great Shot. Das ist so bodenlos. Wo bist du aber? Das ist so bodenlos. Ich hab's nicht geschafft. Okay? Ich hab's nicht geschafft. Sei einfach ruhig. Sei einfach ruhig. Okay, ab jetzt. Okay. Er ist ruhig, endlich. Let's go, nice Shot. Ciao, mach's gut. Was müssen wir machen? O-X, O-X. Okay, wir müssen auf O. X ist immer schlecht. Nochmal O. Nein. Hä? Bro, du hast mich weggefetzt. Bro, du hast mich einfach weggefetzt. Ja, dahin. Dü-dü-dü-dü. Okay, und? Dü-dü. Und Amazing Shot. 3, 2, 1. In Kampf. Ming. Nicht, doch nicht getroffen. Lass mich in Ruhe. So, hier drauf. Bats. Ich glaub, ich schaff's nicht, oder? Ich schaff's nicht auf den Block, Bro. Nein, ich bin wieder zu langsam. Ja, bin wieder zu langsam. You are zu langsam. Dein Name ist Rodemann, du bist langsam. Hast du geschafft, du Fettsack? Ja. Sei lieber ruhig, okay? Hast du gar nicht. Hab nicht mal getroffen. Warum schießt er nach rechts, Junge? Warum? Nice Shot, Bro. Hast du einen Nice Shot? Nee, leider nicht. Nein, Schutt, ist schlecht, Digga. Guck, jetzt Amazing. Ich hab nicht mal getroffen. Amazing, auf Ansage. Oh, Amazing getrifft. 2, 2, let's go. Guck mal, er hat meinen Amazing Shot bekommen, Bro. Let's go. Das ist so peinlich. Guck mal, eigentlich nach diesem O kann man eigentlich schon schießen. Ja. Eigentlich, aber... Ach, Digga. Okay. So. Zack. Oh, André ist in Führung gegangen. Ich muss jetzt, ich muss jetzt einen guten Shot ballern. Muss eigentlich einen guten machen, sonst ist es vorbei. Bro, ich treffe es nicht. Lakshambaudi. Lakshambaudi. Zack. Okay. Wir kriegen schon den. Ich will den aber treffen und dann hitten wir den Trickshot. Nicht? Digga, das ist so dumm schwer irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Wisst ihr warum? Weil Trickshots mit dieser Sniper sind einfach useless. Weil die schießen einfach irgendwo hin. Ja. Ja, Bro, Digga, ich mach das mit Jagdgewehr. Ja, mach doch. Hast du eh schon verloren. Nein, hab ich nicht. Du hast verloren. So, ich hab einen nice Shot sogar extra gemacht. Guck mal, dass du einfach... Ja, ja, extra. Genau. Guck mal, interagieren und dann... Hä? Was muss ich jetzt machen, aber... Ah, man fliegt die ganze Zeit, okay. Das wäre schwer. Das wäre halt, Digga, das ist typisch schwer. Wohin? Yo. Ich hab nicht mal seine Zunge getroffen, oder was? Okay, Bro, okay, ciao. Ich glaub, das muss man mit dieser Einschusssniper machen. Ich hab's. Nice Shot. Welcher Einschusssniper? Die andere, die goldene. Einschnuss. Okay, Andre hat's geschafft, Freunde. Wir gehen rein. Jetzt gehören, schau. Ach so, man hat Low Gravity. Irgendwie ein dicker Körper hat mich wieder berührt, Mann. Du darfst den Virus nicht anfassen, Andre. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich hab ein Virus... Hatte ich auch nicht vor. Bin dort. Von... Amazing daneben. Amazing, komplett daneben, Bro. Nice. Nice Shot, Baby, Girl. Ich liebe dich nicht mehr, weil wir sind kleiner Bär. Andere hatten keinen... ...ne Kohlenrübe. Ja, ne Kohlenrübe, Bro. Kannst du dich von Spongebob? Von Avatar? Oh, was geht? Let's go. Was geht? Oh, ups. Okay, zack. Du bist ne Kohlenrübe. Guck mal, einfach Ding. Slide der Front um Loot. Parcours um Sliden. Um Slide, um Sliden. Einfach Sliden um Slide. Hab's gesch... Nice Shot. Nein, man hätte das viel besser machen können. Er hat einfach noch einen Punkt mehr als ich, Junge. Wir dürfen die Bälle nicht anfassen, weil sonst sind wir ein Ball. Hä? Hä? Wo muss ich aber hin? Ach, da. Okay, da ist es easy. Nice Shot. Ich hab daneben geschießt. Das ist so gut von dir. Ja, dein dicker Körper wieder. Ja, war mein dicker Körper, der irritiert dich, ne? Ja. Guck mal, how to play, Digga. Da musst du vielleicht mal auf das I drücken, damit du das kapierst. Ich treffe nicht. Das ist so traurig. Und oh, du mann ist dick. Jetzt darfst du erst mal ein Like da. Wenn ihr eine Vollversion sehen wollt. Amen. Amazing Shot. Hast du echt amazing Shot? Er hat echt extra... Wir haben sogar im Cut gerade darüber geredet. Du bist so ein Ehrenloser, wirklich. Ich werde nur noch schummeln ab jetzt. Ab jetzt ist alles verboten, erlaubt. Oh, noch ein Great Shot. Nimm mich mit, weißt du? Das ist doch nicht amazing. Warte ab, warte ab. Drei Great Shot, alles gut. Drei Punkte vor, Digga. Du willst cheaten? Was müssen wir jetzt machen auf die perfekte... Irgendwer muss zählen in deinem Gehirn. Hä? Was müssen wir denn machen? Auf was muss man schießen? Was macht Sinn? Auf die Eins. Na, in die Null rein, glaube ich, Bro. Ehrlich? Oder? Ich glaube, da ist ein... Nein. Hä? Null wäre zu krass. Find number three, okay. So, andere... Wo soll man das jetzt aber wissen, aber... Hier, ich seh's. Ja, aber check ich auch nicht. Hier, find number three. Find number three. Ah, wir müssen da reinfallen, Bro. Amazing Shot, ich bin aber wieder hier. Ich glaube, wir müssen reinfallen, oder? Bei drei? Oder müssen wir den treffen? Ich weiß nicht, ich habe Amazing Shot gemacht. Ja, man muss draufschießen. Ach, die drei, Bro. Ach, Brot. Ich habe die ganze Zeit die falsche. Hä? Du darfst nicht zu langsam. Langsam. Was langsam? Du darfst doch nicht zu langsam. Great Shot. Lass mich in Ruhe. Ciao, wir schlafen. Okay, wir müssen ein bisschen da drauf drücken. Und dann? Und dann? Was? Ich komme da nicht drüber! Amazing Shot. Ich habe einfach auf irgendwas anderes geschossen. Nein, hast du nicht gemacht. Nein, ich habe keine Amazing gekauft. Nice Shot habe ich. Boah, das war ein Pistol-Level, Bro. Man muss immer über diese Mauer schießen an den Ziel, dann wird man gebeten. Ich habe auf jeden Fall ein anderes Ziel geschossen und habe direkt getroffen. Er hat Doppelpunkt, er ist nicht mal bei mir und hat Doppelpunkte bekommen. Hä? Bist du weiter oder nicht? Ich bin bei 23. Ich bin bei 24. Digga. Digga, ich bin einfach zu gut. Digga, du bist so ein Ehrenloser einfach. Warte, ich muss kurz Defram machen. Reicht ja nicht. So, zack, hier hoch. Amazing Shot! Let's go! Okay, okay, zack, hier drauf. Okay, er macht Level, es geht um alles. Wie soll das gehen? Sag mal. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Das tut es schwer. Mit Jumpen, okay, dann hier links rüber. Bro, wie soll man auf den Linken kommen? Wie soll man da drauf kommen? Er macht das schwerste Level der Welt auf einmal. Kann man direkt auf den Linken? Nee, kann man nicht. Wo? Okay, hier rüber. Man kann da nicht hinsteuern! Ja, deswegen. Auf den kann man auch nicht. Hä? Boah, ich hab's, ich hab's. Warte mal, how to play. Ride to the dashboard, snipe the target. Oh, ich hab mich getroffen. Chillig. Wie bist du da rübergekommen? Du musst hingucken. Wie hingucken? Du musst mit Sprinten gedrückt halten. Ja. Und dann so rüberziehen. Ah. Das ist übel einfach dann. Ich hab nicht getroffen. Junge, ich wär hier verzweifelt, ne? Acht Jahre wär ich hier. Ja. Gut, dass mein Gehirn krass ist. Dein Gehirn ist stark, aber nicht so stark wie meins. Bro, du bist stark. Bro, wir haben grad Synchronen geschießt aufeinander seitlich. Ja, links und rechts aber. Yeah, boy. Weising, Junge. Ich komm wieder, Bro. Weiß ich ja nicht. Doch, doch, doch. So. Ganz laut. Ich hab den Schub nicht bekommen wie du. Und ich hab nice Shot und du halt nicht. Du bist halt nur... Ich hab daneben geschossen. Was ist das? Wir haben ein Fischlevel, irgendwas. Das ist ein wildes Fischlevel, Bro. Du bist ein Fisch. Ich mach einfach jetzt. Was willst du machen? Okay. Ja, mach einfach. Kannst du ihn nicht mehr aufholen. Aber doch, kannst du. Na klar, kann ich. Ja, Bro. Okay, ich muss hier den Fisch essen. Ich muss hier den Fisch essen. Ah, check, ey. Ah. Okay. Zack. Hab den Jump nicht geschafft. Nice. So. Watz. Hast du es geschafft? Junge, ich schaff den Jump nicht. Ja, das ist halt gut sein dafür, ne? Muss man... Man muss Momentum Jump machen, Bro. Nice Shot. Oder man bleibt stuck für immer dort. Ja, Bro. Du bist stuck für immer. Ich hab gewonnen. Goldene Waffen gehen an mich. Nein. Du kriegst gar keine goldene Waffe. Wir spielen hier bis Leben und Tod. Okay. Wer hier gewinnt, kriegt ein Dings, darf den anderen in Minecraft töten. Schatz. Äh, so. Let's go, nice shot. Ciao, geschlafen, Bro. Junge, bleib mal hier jetzt. Hä? Iiii, guck mal, wie er schummelt. Hä? Ich hab nicht geschummelt. Nice Shot. Geschlafen. Ich mach jetzt einfach weiter. Great Shot. Geschlafen. Okay, guck mal, der rechte ist mit blauen Dings. Warum? Oh. Oh, was war da? Hä? Warum ist der? Ah, das ist einfache Weg. Und das andere ist... Man muss von oben schießen. Wir müssen immer rechts gehen, André, weil sonst hat man Jagdgewehr. Das ist unfair. Unfair? Man kann da nicht mal hinschießen. Wo muss man denn hinschießen? Nee, wir müssen uns umdrehen. Glaube ich, Bro. Ich komm mit auf Rot. Ich glaube, wir müssen uns umdrehen, Bro. Getroffen. Ja, wir müssen uns umdrehen, Bro. Du bist so ein Lutscher. Da ist doch ein fettes Schild, wo Turnaround steht. Nein, das zeigt nach unten. Amazing Shot. Geschlafen, Bro. Wow, Digga. Endlich da. Ich hab Dropper nicht geschafft. Oh, nicht. Äh, ich hab wieder nicht geschafft. Junge, ich bin richtig schlecht. Das ist cringe, Digga. So. Zack. Die kriegen wir in der Waffe. Zack. Wir gehen hoch. Und jetzt? Ah ja, wir verschluckt. Und umdrehen wieder. Umdrehen. Soll ich dir auf den Rücken hauen ein bisschen? Nee. Wegen Verschluckungsgefahr? Oh mein Gott. Ich schaff das aber. Okay, das ist aber einfach, Bro. Das ist super duper einfach. Ich sag dir, wie es ist. Also ich find's gar nicht so einfach, weil ich nicht treff. Ich hab einen neuen Sniper bekommen. Hä? Warum hab ich eine andere Sniper bekommen? Yeah. Ich hab getroffen. Ah, weil man hier. Okay, check. Ey, Digga. Ich treff nicht. Wo bleibst du, Junge? Komm jetzt. Komm jetzt. Komm mal jetzt, Junge. Komm jetzt. Ey, ich muss warten. Oh Mann, beeil dich mal. Bitte, bitte, bitte. Einmal hin. Nein, bitte, bitte. Einmal, bitte. Und runter und... Dropshot, let's go. Great shot in dein Gesicht. So, rein in der Abfahrt. Let's go, Junge. Pam. Rechter Weg. Rechter Weg, ich sag, wer tut mir leid. Ich muss machen. Amazing shot. Hast du den Weg gemacht oder rechter Weg? Ich hab einen nice shot gemacht. Hä? Okay, krass. Okay, Geist ist krank, Bro. Zack. Amazing shot. Endjagdgewehr genommen. Du weißt ab jetzt. Nee, linke Seite. Ja, was? Linke Seite? Ah, okay. Warte kurz. DMR noch leichter, Bro. Aber du hast daneben geschossen. Ich hab immer noch daneben geschossen, Bro. Alles gut. Check uns. Ich hab's gleich. Warte. Hast du gepuffelt? Noch leichter, Bro, ja. Hab amazing shot geschlafen. Äh, ich nehm die Waffe. Oh nein. Let's go, nice shot. Ich mach weiter. Amazing shot. Okay, wie soll ich... Ah, ich muss grabbeln. Einfach grabbeln. Wie die Jagdgewehr genommen hat, Digga. Ich hab gar nichts bekommen. Gänsehaut. Let's go, nice shot. Äh, wie war das nicht drin? Lügner. Wie wär der nicht drin? Sag mal bitte einmal. Lügner. Befreundschaftsbonus. Der war drin, nice shot. Geschlafen. Ciao. Nein, ich... Oh. So, hast du auch reingekackt, ne? Ja. Okay, Taman. Wie schnell muss man switchen? Waffen switchen in dein Gesicht, Alter. Er macht automatisch. Abgetroffen. Natürlich hast du getroffen. War klar. Ich hab auch getroffen. Nice shot. Gewerkt ist meiner. Ich hab beide verkackt. Ich auch. Hallo, Ball. Du bist so... Du bist so eklig. Hab ihn. Let's go. Nein. Bro, ich treff dich. Junge, hör mal auf, alle beide Bälle zu nehmen, Digga. Ja, let's go. Ja, die hat getroffen. Zum Glück, Junge. Ich wär sonst stuck für immer. So hässlich. Ey! Ja, Kaschambada! Junge, ich treff nicht. Ich treff nicht. Ich hab keine Bälle mehr. Bitte, Bälle. Ah, hier. Man muss eigentlich so einfach nur schlagen, okay? Digga, wo hab ich hingezielt? Sag mal, bitte. Warum gehen die, haben die so einen Rechtsdrall? Gehen die, haben die. Bitte. Ball, bitte. Ich brauch einen Ball. Ey, ich brauch einen Ball. Oh. So. Zack. Drin. Junge, es war so knapp an dem Ziel vorbei. Schaffst du das, Brother. Ja, Bro, geschlafen. Junge, diese Bälle sind so unnötig in Fortnite. Die sind echt schlecht. Hallo, ich brauch einen Ball. Fortnite-Ball. Wieder keinen Ball getroffen. Ich brauch einen Ball. Ich brauch einen Ball. Bitte. Jetzt. Abgetroffen. Nicht. Nice. Junge, what are you doing? Ich kann nicht skippen, Mann. Ich skippe, ich skippe. Ich kann nicht treffen. Ich kann nicht treffen. Ich kann nicht treffen. Äh, 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 äh. Abgetroffen, nice shot. Geh schlafen, schau. Endlich, Junge. Oh mein Gott. Wie gut. Äh, weiß ich nicht. Wo muss ich hintreffen? Hinten. Let's go, nice shot. Und ich hab gewonnen. Oh, wobei, warte, Andre hat noch einen Try. Stimmt, was labere ich? Andre, wenn du jetzt besser als Great Shot hast. Ja. Hast du gewonnen, glaube ich. Du musst es tun. Tu es. Tu es. Ja, ich, Digga, das Level ist voll komisch. Woher hast du es dein First Strike gemacht? Weiß ich nicht. Ich bin einfach gut so. Hä, wo muss man, auf welches Ziel muss man schießen? Äh, hinten, hinten. Du musst dich umdrehen. Wenn du ganz am Ende bist, umdrehen. Auf diese Wand. Ah, okay. Warte. Mach jetzt noch einen richtig geilen Try. Okay. Nur damit du verlierst. Mach deinen Try. Oh, warte mal. Open Level 20? Hä? Nice Shot habe ich bekommen. Oh mein Gott. Nein. Ein und weniger. Das war richtig knapp, Freunde. Ich würde aber mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da, lasst einen Abonnenten, checkt andere aus. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Und peace.